Vorträge, die ein Vorwort brauchen. Ich möchte über die Motivation sprechen, die Absicht hinter unserer Praxis und auch den Beweggrund hinter all unserem Tun in unserem Leben. Und zwar über die altruistische Motivation. Und altruistisch heißt zum Wohle der anderen oder vielleicht besser zum Wohle vieler oder allerein schließlich unsere selbst. In manchen buddhistischen Traditionen spricht man von Bodhichitta, was sich als Erleuchtungsgeist übersetzen könnte. Es ist der Entschluss, vollständige Erleuchtung zu erlangen, um für möglichst viele von möglichst großem Nutzen sein zu können. Das Problem oder eines der Probleme für uns hier und deshalb das Vorwort ist, dass es sich hier um eine sehr, sehr hohe Verwirklichung handelt. Es ist eine fantastische innere Haltung von Bodhichitta. Und deshalb liegt mir das Thema auch sehr am Herzen. Es hat fantastische heilende und befreiende Auswirkungen auf uns selber und andere. Und deshalb möchte ich gerne darüber berichten. Aber es besteht gleichzeitig immer auch die Gefahr, bei uns Europäern, bei uns Abendländern, dass wir daraus ein hohes, unerreichbares Ideal machen und uns dann daran messen, uns dann ungeeignet und völlig unzulänglich finden. Und weil sich das schlecht anfühlt, sich unzulänglich zu fühlen, dann kommt Abneigung auf und bald bleibt uns nichts anderes übrig, als die ganze Sache abzulehnen, also übertrieben, unrealistisch oder irgendwie absurd. Und das wäre schade. Darum das Vorwort. Das ist nicht nötig. Geschraubten, von dem ich die meisten dieser Lehren hatte, hat sich lange geweigert zu lehren, diese Texte, weil ich genau das befürchtet hatte. Als wir den außergewöhnlichen Wert verkennen und uns irgendwie innerlich dagegen wehren, weil es over the top ist irgendwo. Also schaut doch, wie ihr reagiert jetzt, während ihr das hört. Und ist das auch nichts, was ihr tun müsst und erreichen müsst, und schon gar nicht heute oder morgen. Und vielleicht könnt ihr diese inspirierenden Möglichkeiten einer völligen Antenhaltung sehen. Dann kommt's gut. Ich möchte mit einem Vers von meinem tibetischen Dzogchen-Lehrer, Nishul Ken Rinpoche, beginnen. Von der großen Vielfalt von Buddhas Belehrungen ist Bodhichitta die Quintessenz. Bodhichitta bietet den höchsten Schutz vor unheilsamen Tendenzen von Herz und Geist. Bodhichitta wehrt das Leiden der schmerzvollen, niedrigen Lebensbereiche ab. Bodhichitta öffnet den höchsten Pfad der Befreiung. Seid unzerstreut, seid unzerstreut, übt euch in Bodhichitta. Täuscht euch nicht, täuscht euch nicht, übt euch in Bodhichitta. Irrt euch nicht, irrt euch nicht, übt euch in Bodhichitta. Geschirabten, mein erster tibetischer Lehrer, mit dem ich viele Jahre verbracht habe, sagte er oft, Der Erleuchtungsgeist, Bodhichitta, ist keine gewöhnliche Geisteshaltung, sondern eine Haltung der festen Entschlossenheit, Buddhaschaft zu verwirklichen, um die Bedürfnisse aller Lebewesen erfüllen zu können. Wenn diese Geisteshaltung ein- oder zweimal in uns entstanden ist, reicht das noch nicht, um von Erleuchtungsgeist oder Bodhichitta sprechen zu können. Dieser muss tief in uns verankert sein, als Resultat einer wiederholten Erfahrung dieser inneren Haltung. Wenn uns diese Geisteshaltung dank fortgesetzten Bemühen wohlbekannt ist und sogar spontan und natürlich in uns entsteht, dann ist es der eigentliche Erleuchtungsgeist, Bodhichitta. Und die Person, die diese Haltung entwickelt und verwirklicht hat, ist ein wahrer Bodhisattva oder eine wahre Bodhisattvi. Es gibt viele Mittel und Wege, unser Herz und unser Geist in diese Richtung zu entwickeln. Der Richtung einer der erhabendsten und wunderbarsten Geisteshaltungen, die uns Menschen möglich ist. Ich möchte heute einige dieser Mittel und Wege präsentieren. Und ich möchte dies tun, obschon ich selber keine grossen Verwirklichungen habe, auf die ich zurückgreifen kann. Und mich einfach immer und immer wieder der inspirierendste und erhebendste Aspekt der Dharma-Lehre. Nach den 30 Jahren meiner Praxis. Und ich werde mich auf einige der traditionellen Reflektionen konzentrieren, die für uns Europäer, Abendländer hilfreich sein können. Und uns Europäer und Abendländer in dem Sinn, dass ich nicht voraussetze, dass wir einige der buddhistischen Grundannahmen einfach auch annehmen. Das heißt, ich werde die traditionellen orthodoxen buddhistischen Aspekte auslassen, absichtlich, nämlich jene, die voraussetzen, dass man von Niedergeburt und Ähnlichem überzeugt ist. Und manche, die damit Mühe haben oder sich damit nicht auseinandersetzen möchten, die finden dann auch natürlich Kontemplationen nicht hilfreich, die sich auf diese Grundlage stützen. Und übrigens, wer über diese Bodhicitta-Lehren weiter interessiert ist oder über das, was ich hier zu sagen habe, kann auch in meinem zweiten Buch, Bodhasaugen, darüber nachlesen. Ob schon das Vorgehen, das ich jetzt wähle, untraditionell ist, denke ich, dass es für uns am hilfreichsten sein könnte, als erstes über die Nachteile des Egoismus und der Eigenliebe zu reflektieren und die Vorteile des Altruismus, der Nächstenliebe. Und ein Hauptaspekt der Praxis besteht darin, sich das immer wieder klarzumachen. Ihr werdet sehen, dass es Dinge sind, die eigentlich offensichtlich sind. Aber Vergänglichkeit ist auch offensichtlich. Der Punkt auch hier ist, dass wir uns immer und immer und immer wieder damit auseinandersetzen müssen, damit es irgendwo tiefer drinnen ankommt. Egoismus, das ist die Reflexion. Egoismus mobilisiert unsere unheilsamen inneren Eigenschaften. Dadurch, dass er immer versucht, das zu erlangen, was ich begehre und das zu vermeiden, was ich hasse oder befürchte. Das ist zwar völlig normal, aber auf diese Weise werden ständig eben Begehren, Gier, Hass, Ärger und Wut in uns, in mir gefördert und verstärkt. Und das bewirkt, dass wir innerlich Leid, Leiden schaffen, anstatt, dass es uns die Erfahrung von Glück verschafft, die wir uns eigentlich wünschen. Also, die man sich in einer egoistischen Haltung wünscht. Man möchte Glück für sich haben. Und es bewirkt genau das Gegenteil. Es ist die grundlegende tragische Täuschung im Leben. In der Hoffnung, uns selber glücklich zu machen, tun wir immer und immer wieder genau das, was uns letztlich Leidenschaft. Weil uns täuschen, es sieht so aus, wie das jetzt das Ding sein würde, wird. Und es ist es nicht. Deshalb fragt sich Shantideva, der große Bodhisattvan-Poet. Wenn alles Schädliche und alle Ängste und alles Leiden aus dem Egoismus oder aus der Eigenliebe entstehen, wozu brauche ich dann diesen bösen Geist oder diesen bösen Dämonen? Immer wieder. Wie Egoismus oder Eigenliebe oder egoistische Selbstzentriertheit oder wie immer wir das nennen wollen, uns selber und dann indirekt anderen natürlich auch Leiden schafft, können wir aus den falschen Illustrationen ersehen. Wird verglichen mit einer chronischen Krankheit. Es ist eine chronische Krankheit, weil sie so immer da ist und immer wirkt. Und es ist eine chronische Krankheit mit zusätzlichen schmerzhaften Nebenwirkungen. Wie ist das? Egoismus hindert uns, das Ziel der Befreiung, der Erleuchtung und Erfüllung zu erreichen. Was die endgültige Erfüllung wäre für uns. Es hindert uns daran, schon in diese Richtung zu gehen. Diese Selbstzentriertheit ist die Wurzel aller Schwierigkeiten, allen Leidens und aller Schmerzen. Eben weil dadurch unheilsame innere Haltungen und dann auch äußere Handlungen begangen werden, welche immer wieder leidvolle Ergebnisse für uns selber verursachen, hervorbringen. Diese Selbstzentriertheit erzeugt genau das Gegenteil von dem, was wir uns zutiefst wünschen im Leben. Diese Selbstzentriertheit durch die Macht der Gewohnheit schafft auch zukünftige leidvolle Erfahrungen für uns. Und deshalb wird es als eine chronische Krankheit oder mit einer chronischen Krankheit verglichen. Man muss sich wirklich fragen, warum wir es immer und immer wieder fertig bringen, spontan und ganz natürlich diese unhilfreichste, ja schädlichste aller Geisteshaltungen einzunehmen. Wir können folgenden Vers rezitieren oder innerlich aufsagen. Möge ich gesegnet sein, dass ich den großen Dämonen des Egoismus oder der Selbstzentriertheit aufgeben kann, indem ich ihn als schädlich erkenne und indem ich diese chronische Krankheit der Eigenliebe als die Ursache allen unerwünschten Leidens erkenne. Als nächstes können wir dann uns dem Altruismus oder der Nächstenliebe zuwenden und sehen, versuchen zu verstehen, wie diese Haltung genau jenes Glück und jenes Wohlergehen in uns schafft, das wir immer gesucht haben und immer suchen. Das wir für uns selber und auch für andere möchten. Und vielleicht auch ein wichtiger Punkt noch, wenn wir von den Nachteilen des Egoismus hören, dann kann es sein, wenn wir uns dann die Implikationen vorstellen, kann es sein, dass wir dann gleich besorgt sind, also die wollen uns alles schön, die Buddhisten, die wollen uns alles Schöne und Angenehme wegnehmen und eigentlich würde ich ja einfach völlig frustriert und auf Entzug sein, irgendwie würde alles trostlos, ja, wenn ich einfach selbstlos wäre. Und genau so ist es eben nicht, genau das ist auch nicht gemeint, genau das ist nicht der Fall. Glück und Freude sind erhältlich, reichlich und in Fülle. Das heißt, wir müssen uns darüber klar werden, wie sie erreicht werden können und wie oder durch was sie zerstört werden. Also, immer wieder die Innen-Einwände sich anhören, während dieser Argumentation hier. Einwände wie, wenn ich das, was ich am liebsten habe, weggeben würde und erst noch an die Person, die ich am wenigsten mag, dann wäre ich wirklich einfach blöd. Oder vielleicht doch nicht? Oder schaut euch die Leute an, die am meisten respektiert werden und wohlhabend sind in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, sind alle einigermaßen schlau oder intelligent, ehrgeizig und auf Eigennutz bedacht. Nicht in erster Linie auf für mich selber schauen wird mich nicht sehr weit bringen. Oder wenn ich liebevoll wäre gegenüber jemandem, der mich beschimpft und verleumdet, würde ich doch nur wie ein Narr dastehen. Und das ist tatsächlich oft auch so. Das ist wahr, wenn wir nur oberflächlich in der konventionellen Art und Weise hinsehen, wenn wir nicht wirklich und radikal innere Freiheit und Glück suchen. Dharma und besonders Bodhichitta funktioniert eben nicht auf der Ebene der Ratgeber und Selbsthilfehandbücher. Wie kriege ich mehr mit weniger Aufwand zum günstigeren Preis? Nicht, wie es funktioniert. Vielleicht erinnern wir uns an den Mann, der sagte, auch wenn ich es nicht korrekt zitieren kann, wenn euch jemand auf die eine Wange schlägt, dann bietet ihm die andere dar. Oder liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Das ist radikal. Sobald wir es wagen, die Dinge in dieser Weise zu betrachten, sind wir bereit, die Vorteile des Altruismus und der Nächstenliebe zu erforschen. Grundsätzlich kann man sagen, wenn wir um das Wohlergehen anderer besorgt sind, werden mächtige, heilsame Qualitäten in uns gefördert, wie Großzügigkeit, wie Offenherzigkeit, wie Liebe, Mitgefühl, Mitfreude und andere. Und deshalb werden wir Glück und Freude erfahren. Im Moment, in dem diese Qualitäten manifest sind, sowohl als auch in Zukunft, weil wir die heilsamen Tendenzen, Gewohnheiten in uns unterstützen und stärken. Sogiel Rinpoche nannte das die Logik des Mitgefühls. Und die ist eben anders als die Unlogik des Eigennutzes. Für die anderen das tun, was wir möchten, was sie für uns tun, schafft Glück. für uns. Nämlich genau dieses innere Glück, das wir uns so sehr wünschen. Karl Marx soll gesagt haben, derjenige kann sich am glücklichsten nennen, der die meisten Menschen glücklich gemacht hat. Karl Marx. Die Vorteile von Altruismus und Nächstenliebe, die Glück, Freude und Wohlergehen für uns und andere schaffen, zeigen die folgenden Illustrationen und Punkte. Altruismus oder Nächstenliebe ist wie ein wunscherfüllendes Juwel, ein Edelstein, der die Wünsche aller Wesen erfüllt, also im Gegensatz zu einer chronischen Krankheit. Macht für uns und die anderen Glück, Harmonie und Freude möglich. Schafft mächtige, positive Energien in und um uns herum. Menschen wie Gandhi und Martin Luther King und Madre Teresa und Dalai Lama hatten und haben eindrückliche Wirkung, gerade auch aus dieser Haltung heraus. Unser Herz und Geist wird ruhiger, gesammelter, sanfter und offener. Wir werden respektiert, geschätzt und geliebt und schaffen glückvolle Erfahrungen für die Zukunft durch das Stärken positiver innerer Tendenzen oder in anderen Worten durch heilsames Karma. Shantideva betont, all diese, die innerlich leiden in dieser Welt, tun dies wegen ihrem Verlangen nach ihrem eigenen Glück. All jene, die wirklich glücklich sind in dieser Welt, sind es dank ihrem Wunsch, andere glücklich zu machen. Was braucht man da noch zu sagen? Die kindischen arbeiten nur für ihren eigenen Vorteil, die Buddhas arbeiten zum Wohle der anderen. Schaut euch nur den Unterschied zwischen den beiden an. Wir können folgenden Vers rezitieren. Möge ich gesegnet sein, dass ich fähig bin, von Egoismus zu Altruismus zu wechseln, von Eigenliebe zu Nächstenliebe. Mit einem Geist, der unterscheiden kann zwischen den Nachteilen des Eigennutzes und den heilsamen Taten der Buddhas zum Wohle aller Wesen. Wenn dies klarer und klarer geworden ist, kann ich weitergehen zur Betrachtung von unserer Abhängigkeit von allen anderen Lebewesen. Und zu dem Erkennen ihrer Güte und ihrer Wichtigkeit für uns. Eine ganz andere Reflexion, die auch sehr interessant ist und eindrücklich. Wir betrachten nämlich unsere vollständige Abhängigkeit von vielen Lebewesen. Unsere Abhängigkeit von unserer Mutter, unsere Abhängigkeit von unseren Eltern oder Pflegeeltern, wenn wir keine Eltern hatten, von unseren Lehrerinnen und Lehrern, von Ärzten und Ärztinnen, von Heilerinnen und Heilern und all diesen Menschen, von denen wir so sehr abhängig waren, in vielfältigster Art und Weise uns genähert haben, geschützt haben, gefördert haben, geliebt haben, geheilt haben, gepflegt haben, gebildet haben, belehrt haben. Wir standen in völliger Abhängigkeit für unsere Bildung, für unsere Gesundheit, für unser Wissen, für uns sprechen, lesen, schreiben. All das ist irgendwie selbstbeständlich und doch eigentlich nicht, wenn wir da hinschauen. Und wir sind seit eh und je völlig abhängig in Bezug auf Nahrungsmittel, auf Essen. Irgendwie taucht alle paar Tage hier ein Lastwagen auf und alles quillt da raus und dann haben wir die lieben Köchinnen und Köche, die was zubereiten. Aber eigentlich fängt es da vorne an, weil der Lastwagen sich öffnet. Oder vielleicht auch nicht. Ist da vielleicht eine unendlich lange Kette schon vordrang, bis das dort hinkommt, von Bauern, die Pflügen und Pflanzen und Säen und Ernten und was es da alles braucht. Wenn ich die Reflexion mache, merke ich, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was es alles braucht. Das sind landwirtschaftliche Maschinen und Landwirtschaftsmaschinenfabriken mit all den Arbeiterinnen und Arbeiterinnen und all den Leuten dort. Und dann braucht es Grubenarbeiter, weil Metall gewonnen werden muss, damit in den Landwirtschaftsmaschinen Fabriken, Landwirtschaftsmaschinen fabriziert werden können. Das heißt, unter Tag muss gearbeitet werden unter schwierigsten Bedingungen. Und es ist ein unendliches Netz von Abhängigkeit. Nur für ein Stück Brot oder ein Kaffee ist noch viel komplexer, weil die kaum bezahlte Arbeit in Drittweltländern, die da geleistet werden muss, selbst wenn wir Havelar Kaffee kaufen. Aber auch abhängig für unsere Bekleidung von Baumwolle, Baumwollfarmen, Fabrikation von Baumwollstoffen oder synthetischen Textilien, das Färben, das Weben, das Design, das Zuschneiden, das Nähen, jede Menge Fabrikarbeit und oft auch wieder in Drittweltländern. Es ist immer erstaunlich, wenn man die Labels anschaut, wo das hergestellt wird. Und oft ist dort Kinderarbeit ganz an der Tagesordnung, also Kinder, die bis zehn Stunden arbeiten im Tag. Wir brauchen Wolle von Schafen, Seide von Seitenwürmen, die in kochendes Wasser geworfen werden. Wir brauchen Leder von Kühen, Kälbern, manche gar von Füchsen und Krokodilen. Überall, zahllose Menschen und zahllose, endlos viele Tiere tragen so ziemlich zu allem bei, was wir brauchen, besitzen, benötigen. Früher, jetzt und in Zukunft, was wir genießen wollen in diesem Leben. Doch es ist nicht, um ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern einfach, um zu sehen, wie es ist. Sie tun das durch ihre Arbeit, ihr Bemühen, oft sogar kostet es ihr Leben. Und selbst mit der Tatsache, dass sie es ja auch meistens tun, um ihr Einkommen zu erarbeiten, oder weil sie gezwungen sind oder gezwungen werden, es zu tun, sind es trotzdem wir, die den Vorteil daraus ziehen. Vor allem gerade für uns Menschen aus der sogenannten ersten Welt, der westlichen Welt. Wir profitieren in so überwältigender Art und Weise von der Tatsache, dass zwei Drittel der Menschheit für ihr nacktes Überleben schuften und sich schinden muss, während wir doch ziemlich im Überfluss schwimmen. So geht es darum, ein Gefühl der großen Wertschätzung zu entwickeln, für all diese Aspekte des Lebens, für all diese Lebewesen, die unser Dasein, unser Wohlergehen, auch unseren Wohlstand direkt oder indirekt möglich machen. Und statt diese Dinge als selbstverständlich zu nehmen, fangen wir an zu erwachen zu einem Gefühl von Wertschätzung und Dankbarkeit. Nicht zu einem Schuldgefühl, weil das würden wir nicht lange haben, dann würden wir es wieder verdrängen und nichts mehr darüber wissen wollen. Aber Wertschätzung. Diese Haltung schon ans Ich ist eine heilsame und glückliche Art zu sein, mit Wertschätzung und Dankbarkeit zu sein. Und wir beginnen zu fühlen, dass wir die Güte all dieser Lebewesen zurückzahlen möchten, irgendwie zurückvergüten. Nicht gerade persönlich, das ist so kompliziert, aber in vieler Art und Weise, die uns möglich ist. Nicht, wie viel Nutzen habe ich von ihr oder ihm, wie viel muss ich jetzt zurückbezahlen. Eine natürlichere Haltung, die offen und großzügig ist. Verlangt Gewahrsein all der verschiedenen Situationen im Leben und verlangt recht viel Reflexion und nachdenken, um unsere Perspektive auch wirklich ändern zu können. Das ist immer wieder schönvoll, bedeutungsvoll, wichtig, dass wir das versuchen. Vielleicht können wir hier den Punkt mit dem folgenden Vers abschließen. Möge ich gesegnet sein, mühelos Mitgefühl zu entwickeln, ähnlich der Güte einer Mutter für ihr einziges Kind, indem ich immer und immer wieder darüber nachdenke, wie alle die Lebewesen gut zu mir waren. Nachteil des Egoismus und der Vorteil der Nächstenliebe, dann unsere Abhängigkeit von anderen und ihre Güte und Wichtigkeit für uns zu anerkennen, zu sehen. Als nächstes können wir den Schritt tun, der Gleichheit zwischen uns und anderen und die zu sehen. Das heißt, wir erkennen nicht nur unsere Abhängigkeit von der Arbeit, von den Mühen, der Hilfe, der Güte, ja sogar vom Leben anderes, sondern wir beginnen auch zu sehen, wie sehr wir alle einander gleich sind in unseren grundlegenden Bedürfnissen und Wesen. Deshalb sagt Shantideva, Andere erfahren Freude und Leiden wie ich. Darum will ich sie beschützen, genau so, wie ich mich selber beschütze. Unsere Hände beschützen oder behandeln auch unsere Beine und Füße, wenn sie in Gefahr sind oder wenn sie schmerzen, ob schon die Hände die Schmerzen der Füße nicht direkt fühlen. In gleicher Weise helfen und beschützen wir andere, ob schon wir ihren Schmerz nicht direkt, unmittelbar wahrnehmen und empfinden. Es ist ein und dasselbe Leben in beiden Fällen. Die Hände sind dasselbe Leben wie die Füße, wir sind dasselbe Leben wie die anderen. Deshalb stellt Shantideva die Frage, wenn Glück und Freude von mir und von anderen gleichermaßen geschätzt wird, Was ist denn so besonders an mir, dass ich mich selber schütze und nicht die anderen? Gute Frage. Es nennt sich die uralte Gewohnheit der Eigenliebe, des Egoismus und das Nichtverstehen der Tatsache, dass diese Haltung uns selber schadet. Das ist das, was uns am Weißen umstimmen würde, wenn wir das wirklich in Tos hätten. Shantideva kontrastiert diese Haltung mit jener der Bodhisattvas, mit denen, die sich wirklich um alle kümmern. Die Bodhisattvas erfahren ein überfließendes Meer von Freude, wenn die Lebewesen vom Leiden freikommen. Wozu also der Wunsch nach Befreiung von mir allein? Sehr hilfreich und transformierend können die Übungen, die Reflektionen, die vorgeschlagen werden, sein. Und genau wie mit den vorherigen Reflektionen bezieht es sich das Ganze eigentlich auf Dinge, die eigentlich offensichtlich sind oder wären, aber uns irgendwie nicht klar genug sind. Der wichtigste Punkt ist, wir müssen sie durchdenken, immer und immer wieder und sie dann irgendwie im wirklichen Leben anwenden. Wir und die Anderen, die Gleichheit zwischen uns. Zuerst betrachten wir uns selber. Was ist unser tiefster Wunsch, unsere größte Hoffnung und Triebkraft für all unser Tun? Wir möchten nicht leiden, möchten keinen Schmerz und keine Krankheit erfahren, nicht hungern, nicht Durst leiden, frieren oder vor Hitze verschmachten. Nicht einmal ein bisschen. Sicher möchten wir nicht frustriert werden, enttäuscht, deprimiert oder niedergeschlagen sein, möchten nicht gekränkt, respektlos oder lieblos behandelt werden. Vielmehr sind wir gerne gesund, vital und glücklich und schätzen es, voneinander geehrt, respektiert und geliebt zu werden. Wir haben gerne körperliches Entzücken und Bonne, gut und genug zu essen und zu trinken, sowie Komfort und eine schöne Umgebung. Wir schätzen Freude und Heiterkeit, Glück und tiefen Frieden und egal, wie glücklich wir schon sind, noch ein bisschen mehr davon ist immer willkommen. Ziemlich. Offensichtlich. Und völlig okay. Wie sieht das nun aus für andere Menschen, andere Lebewesen? Es ist genau dasselbe. Entschuldigt mich, wenn ich es nochmal durchgehe. Was ist Ihr tiefster Wunsch, Ihre größte Hoffnung und Triebkraft für alle tun? Sie möchten nicht leiden, sie möchten keinen Schmerz und keine Krankheit erfahren. Sie möchten nicht hungern, nicht Durstleiden, frieren oder vor Hitze verschmachten. Nicht einmal ein bisschen. Sie möchten nicht frustriert werden, enttäuscht, deprimiert oder niedergeschlagen sein und möchten nicht gekränkt, respektlos oder lieblos behandelt werden. Vielmehr sind sie gerne gesund, vital und glücklich und schätzen es, voneinander geehrt, respektiert und geliebt zu werden. Sie haben gerne körperliches Entzücken und Wonne, gut und genug zu essen und zu trinken, sowie Komfort und eine schöne Umgebung. Sie schätzen Freude und Heiterkeit, Glück und tiefen Frieden und egal wie glücklich sie schon sind, noch ein bisschen mehr davon. Stehen wir willkommen. All diese Punkte durchzudenken, ist nicht dasselbe, wie wenn wir einfach sagen, klar, wir wünschen uns alle dasselbe. Wissen wir ja schon. Ähnlich wie mit Egoismus und Altruismus, so wissen wir auch schon eigentlich. Die Reflexion macht es uns klar, damit wenn die Situation da ist, und die ist oft da, dass es dann zur Hand ist, wenn wir nicht dann wieder keine Ahnung haben, wie das eigentlich jetzt war. Das ist auch die Schwierigkeit. Mit dem Loslassen. Es ist eigentlich klar Loslassen, wenn die Dinge vergehen oder schon vergangen sind. Außer, wenn es so weit ist. Was hier von großem Nutzen ist, auch in dieser Gleichheit sind die Brahma-Vihara-Meditationen. Die Meditationen von liebevoller Güte, von Mitgefühl, von Mitfreude und Gelassenheit. Wir verbinden uns mit in Liebe und Zuneigung, Metta, mit den Lebewesen. Und vor allem, ist auch ein wichtiger Aspekt, vor allem tun wir es mit den verschiedensten Arten von Lebewesen, wie wir das jetzt diese Tage hindurch getan haben. Das heißt, an denen, die wir lieben, wo uns liebevoller Güte nahe liegt und selbstverständlich ist, zu denen, die uns gleichgültig sind, wo es schwieriger ist, zu denen, die wir schwierig und unangenehm finden, von uns selber zu mehr, letztlich zu allen Lebewesen des Universums. Liebevolle Güte mit Mitgefühl, mit Freude, Wertschätzung. So beginnen wir, ein Gefühl des Einsseins oder der Verbundenheit vielleicht zu entwickeln. Wir verbinden uns mit Mitgefühl, Corona, mit dem Schmerz im Lebewesen und ihrem Leiden und dann dem Wunsch, sie frei sein mögen davon. Wir verbinden uns mit wertschätzender Mitfreude, dem wir ihr Glück, ihr Wohlergehen, ihre Freude sehen und fühlen, wünschen ihnen, dass diese Freude immer zunehmt und ihr vergeht. Und letztlich verbinden wir uns in Gelassenheit. All das schafft dieses Gefühl der Gleichwertigkeit. Alle Wesen liegen uns gleichermaßen am Herz. Das heißt nicht, dass wir nicht manche als angenehmer empfinden und manche als eher unangenehmer. Aber irgendwo zu tiefst ist uns klar, dass alle in der grundsätzlichsten Art in ihrem Wesen gleich sind wie wir. So können wir mit dem folgenden Vers abschließen. Möge ich gesegnet sein, zu helfen, Glück in anderen zu fördern. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und mir. insofern, als wir alle nicht genug bekommen können von Glück und Freude und wir alle nicht das geringste Leiden erfahren möchten. Von hier ist es nicht mehr ein so großer Schritt zum Austausch von sich und Anden. Also das war die Gleichwertigkeit und als nächster Schritt der Austausch. Nochmal eine radikale Umkehr unseres gewohnheitsmäßigen Denkens. Wird von Shantideva beschrieben, radikal, wie er immer ist. Wenn ich dies fortgebe, was habe ich dann selber noch zu genießen? Solches Selbstinteresse ist dämonisch. Wenn ich dies fortgebe, was habe ich dann selber noch zu genießen? Solches Selbstinteresse ist dämonisch. Wenn ich dies selber verbrauche, was kann ich dann noch verschenken? Solche Großzügigkeit ist göttlich. Wenn ich dies selber verbrauche, was kann ich dann noch verschenken? Wieder ein wichtiger Punkt hier. Wenn wir uns vormachen oder uns zwingen, so zu sein und so zu denken, dieser genau umgekehrten Art und Weise, aber nicht das entsprechende echte Verständnis davon haben, wo der tatsächliche Nutzen und Vorteil wirklich liegt, dann kann es sein, dass wir wirklich uns frustrieren und uns auch betrogen fühlen. Wenn wir großzügig zu sein versuchen, aber es nicht ganz echt ist, dann irgendwie und dann vielleicht kommt nicht mal Dank dafür zurück und dann fühlen wir uns nicht okay. Und dann ist es vielleicht auch noch nicht so sinnvoll, dann waren wir eben nicht wirklich ganz so großzügig, weil noch irgendwelche andere Motivierungen da eingemischt waren, oder Erwartungen oder was hinterher. Mit anderen Worten, das Austauschen von sich und Anderen muss auf den vorangehenden Reflektionen und auch ein Stück weit Verwirklichungen beruhen. Es wird das schon ganz klar durchgedacht haben. Und dann kann es sehr wirkungsvoll sein und äußerst hilfreich und zutiefst befreiend. Und ich muss hier noch sagen, dass Shantideva eine sehr komplexe Methode hat des Austauschs von sich und Anderen, die ich euch nicht präsentieren kann, die ist mir zu schwierig. Ich kann sie nicht mal ganz nachvollziehen. Charles Schöno ist der Spezialist darin und der findet das so offensichtlich, dass er nicht begreifen kann, warum ich es nicht begreife. Aber wir können es etwas einfacher tun und das ist auch dann offensichtlich und auch sehr hilfreich. Zum Beispiel können wir uns an die Stelle der Israelis setzen, die sich bedroht fühlen von den Palästinensern wegen all dem Terror, der ihre viele Anverwandten getötet hat. Und wir setzen uns an die Stelle der Palästinenser, die seit 50 Jahren aufs Rücksichtsloseste von den Israelis unterdrückt und beraubt werden. Wenn wir wieder auf beide Seiten gehen. Ich war einige Kurse in Israel und die haben mich auch nach West Bank gebracht in Protest Camps und das war zuerst offensichtlich auf der Israeli Seite, ich hatte sehr viel mehr Verständnis, war vor der zweiten Intifada. Und als ich auf der anderen Seite war, hat es plötzlich völlig umgekehrt und ich hatte wieder noch mal genau das Verständnis. Weil ich in beiden nicht direkt involviert war, war es einfacher, schwierig wäre es für die Israelis auf die palästinensische Seite zu gehen und umgekehrt. Und ich möchte auch hier betonen, dass manche das tun, sehr wenige, aber ich habe Freunde und Kollegen und Kolleginnen, die das immer wieder tun. Vielleicht können wir uns an die Stelle der Arbeiter und der Angestellten setzen, die sich von ihren Bossen ausgenutzt und missachtet fühlen. Und wir setzen uns an die Stelle der Arbeitgeber, die sich darum sorgen, dass der Betrieb die nächste Krise, die nächste Rezession überhaupt leben wird und nicht verstehen, warum die Angestellten nicht solidarischer sind. Immer auch wieder interessant, beide Seiten zu sehen und zu versuchen, auf die andere Seite uns hineinzuleben für den Moment, auf der anderen Seite als auf der wir selber uns befinden. Oder wir können uns an die Stelle der Schnecke setzen, die hart arbeitet, während sie sich auf unseren frischen Gartensalat zu bewegt. Ohne Beine, das ist schon mühsam sein, wahnsinnig langsam. Oder wir können uns an die Stelle der Möcke, der Moskito setzen, an unserem Arm, die nicht merkt, dass eine riesige Hand hier wartet, bevor wir dann vielleicht doch nicht zuschlagen. Man braucht sie ja nicht sein lassen, man kann immer noch sie wegblassen, wenn sie nicht sein lassen. Plus keine Voraussetzung ist hier. Wir können uns an die Stelle unserer Partnerin, unserer Partner setzen, auf die wir gerade wütend sind, auf die wir vielleicht mit zornigen Worten einreden. Das ist schwierig, dass man einen Moment innehat und schauen, wie sich das anfühlt, wenn der so. Der Schritt allein genügt bereit zu sein, den Schritt zu machen. Der Rest glaubt, er gibt sich fast, wenn man schon nur so viel innehalten kann. Das ist ein gutes Übungsfeld. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn wir dieses Gefühl der Gleichheit und der Verbundenheit mit anderen entwickelt haben, durch die Anwendung der bisherigen Schritte, dann haben wir die scheinbare Trennlinie zwischen uns und anderen überschritten. Eine scheinbare Trennlinie, die doch so mächtig wirkt immer wieder. Zwar ist es eine Trennlinie, die entsteht durch unsere Eigenliebe und Mangel an Nächstenliebe, aber gleichzeitig entsteht sie eben auch durch unsere Täuschung in Bezug auf Selbstexistenz. Weil wir denken, wir sind nicht Teil des Lebens. Wir denken das nicht, sondern weil das Gefühl so ist, wie ich bin hier und hier sind die Anderen. Irgendwie diese Getrenntheit entsteht durch das Erfassen, durch die getäuschte Wahrnehmung von Selbst. Zudem diese beiden Komponenten, die diesen Graben immer wieder aufreißen. Die Selbstzentriertheit und das Erfassen von Atta. Einmal mehr, in dieser Praxis brauchen wir ein solides Selbstwertgefühl. Und es ist wirklich hilfreich und nötig, in echtem Selbstrespekt geerdet zu sein. Sonst ist es immer wieder frustrierend und wir tun also, aber irgendwie kann die Gleichheit schon nicht da sein, wenn ich mich weniger gut fühle. Hier hilft Metta für sich selber. Unendliche Mengen von liebevoller Güte für sich selber. Rezept für alle Europäer. Es ist nicht, weil wir uns kümmern sollten, es ist nicht, weil wir uns kümmern müssten um die anderen, sondern weil die Nachteile der Selbstbezogenheit und die befreiende Freude des Altruismus das wirklich verstehen, das wirklich nachvollziehen können und uns dadurch zunehmend mehr und mehr um andere Sorgen als um uns selber. Und bei manchen Menschen fällt uns das auch leicht und bei anderen kommt es uns schon gar nicht in den Sinn, das ist auch eine Möglichkeit wäre. Aus diesem verstehen, aus diesem weisen verstehen heraus und aus tiefem Mitgefühl rezitieren wir den folgenden Vers. Ich erkenne, dass Eigenliebe zu leiden führt und dass es der Weg, die Art der Buddhas ist, andere mehr zu lieben als alles. Möge ich gesegnet sein, dass ich fähig bin, alles leiden, alles unheilsame Karma und die Hemmnisse aller Lebewesen auf mich zu nehmen und ihnen all mein Glück und meine guten Qualitäten zu geben. Hier muss die diesbezügliche Erkenntnis und das Mitgefühl echt und tief sein, sonst stimmt das nicht. Es ist dieser Wunsch, der uns zur Praxis von Tonglen, von Nehmen und Geben, tibetische Wort heißt Nehmen und Geben, führt zu der Meditationsübung, in der wir uns darin üben, das Leiden anderer auf uns zu nehmen und ihnen unser Glück zu geben. Es ist eines der Juwelen unter den vielen Meditationen in der tibetischen Tradition. Ich werde es nur kurz beschreiben, manchen von euch ist das bekannt, wir freuen uns immer wieder, dass wir einmal im Jahr einen Tonglen Kurs anbieten können. Es ist in Verbindung mit dem Atem, mit dem Einatmen, dass man sich vorstellt, das Leiden der Wesen auf sich zu nehmen und mit dem Ausatmen ihnen sein eigenes Glück und seine Freude einatmen, alles leiden, wegnehmen, ausatmen, unser eigenes Glück und Wohle gehen, verschenken. Um einiges anderes, auch ein bisschen komplexer als die Meta-Meditation, die wir hier üben, sehr viel darüber zu sagen, aber ich denke, es würde den Rahmen jetzt sprengen. Nehmen und Geben wird sehr viel und überall empfohlen und praktiziert in der kibetischen Tradition. Und die Idee ist, dass wir es dann, wenn wir es immer wieder üben, visualisieren, dass es uns geläufiger wird, dass es uns schneller in den Sinn kommt und dass wir mehr die Gewohnheit in uns entwickeln als die umgekehrte. Was nun in einem entsteht, während man mit dieser Praxis, diesem Training fortfährt, wird Hlaxam oder so etwas wie der besondere Wunsch genannt. Man sieht, dass all diese großartigen Reflexionen und Meditationen, auch Meta, auch Mitgefühl, auch Tonglen, Nehmen und Geben, eine enorm transformierende Wirkung auf einem selber haben kann, wenn man sie wirklich übt und viel übt. Dass sie aber die anderen nicht von ihrem, nicht wirklich von ihrem Leiden zu befreien vermögen. Egal wie lange wir jemanden Meta schicken, wir werden nicht einfach glücklich. Gleichzeitig ist es für die Entwicklung unserer eigenen Fähigkeit, liebevoll zu handeln und zu denken, außerordentlich transformierend. So erkennen wir, dass wir, um von größtem Nutzen für andere zu sein, wir die optimale Verwirklichung brauchen, die eines Buddhas, die einer vollständig Erleuchteten, wie vielleicht Hara. Diese Einsicht, wenn sie wirklich tief ist, nicht nur gedanklich, sondern tief empfunden, wird der besondere Wunsch oder Laksam genannt. Aus diesem Wunsch heraus wird Bodhicitta geboren. Das ist der nächste und letzte Schritt hier. Bodhicitta heißt, möge ich die vollständige Erleuchtung eines Buddha verwirklichen, um für alle Lebewesen von größtem Nutzen zu sein. Auch auf diesem Blatt und Widmung, wo das drauf ist. ist diese tiefe Verschiebung der Innenhaltung und dieser letztlich unerschütterliche Entschluss, welcher alle Handlungen motiviert, den Bodhicitta, der Erleuchtungsgeist, nennt. Das ist, was wirklich gemeint ist mit dieser Motivation eines Bodhisattva oder einer Bodhisattva. Es ist nicht, was man sich so nennt, was die Mahayana Haltung ausmacht, aber eigentlich erst, wenn sie tatsächlich zumindest ein gutes Stück weit verwirklicht wird. Und dann ist es auch egal, zu welcher Tradition oder welcher Religion oder zu keiner Religion man gehört. Die Haltung ist letztlich um was es geht und nicht wie wir uns nennen oder was wir von uns denken. Ob schon Bodhicitta dem Mitgefühl entspringt, ob schon Mitgefühl seine Lebenskraft ist, ist es viel praktikaler als Mitgefühl im üblichen Sinne. Es ist vielleicht könnte man sagen die letztliche Konsequenz des Mitgefühls. Shantideva sagt über Bodhicitta dies ist die unübertreffliche Medizin die Kur des Leidens der Welt. Es ist der Baum der Obdach bietet für alle erschöpften Wesen Tauben und auf den Pfaden des bedingten Seins. Es ist ein außerordentliches Juwel von Herz und Geist und seine Geburt sein Entstehen ist ein einzigartiges Wunder. Aus dieser Motivation heraus entsteht der Wunsch oder der Entschluss der Bodhisattvas und das ist ein Vers der in vielen Zen-Schulen und Traditionen immer und immer wieder rezitiert wird. Die Lebewesen sind zahllos ich werde helfen sie zu befreien. Die Innenkonflikte sind endlos ich werde sie beenden. Die möglichen Erkenntnisse sind unermesslich ich werde sie verwirklichen. Der Weg der Buddhas ist groß ich werde ihn bis zum Ende gehen. Egal wie lange es dauert und was es braucht. Shantideva gibt ein Bild der radikalen Hingabe der Bodhisattvas Hingabe an das Wohlergehen aller Lebewesen. Das ist nochmal eines dieser ziemlich verrückten Verse. Um das Leiden der Lebewesen zu lindern selbst um das Leiden eines einzigen Wesens zu lindern steigen die Bodhisattvas oder tauchen die Bodhisattvas in tiefste Höllen hinab so wie Wildgänse die in einem Lotusteich landen. Also aktives Mitgefühl, Enthusiasmus und Hingabe an das Wohlegehen aller Lebewesen sind hier zur unaufhaltsamen Kraft auf dem Weg zur Heilung und Befreiung von allen lebenden Wesen geworden. Wohlegehen 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 und Wohlegehen Vielen Dank.